Wenn ich diesen Krieg sehe, dann versuche ich, darüber nachzudenken, wie das weitergehen wird. Mich besorgt, dass aus diesem Krieg ein größerer werden kann. Und wenn selbst von amerikanischer oder von russischer oder von neutraler Seite gesagt wird, es könnte ein Weltkrieg daraus entstehen, dann ist das eigentlich das, was mich am meisten interessiert. In einer Welt des rapiden machtpolitischen und technologischen Wandels müssen sich Deutschland und Europa strategisch neu orientieren. Im Wettkampf zwischen den USA und China gerät Europa bereits zwischen die Fronten. Und dies wird auch unser Verhältnis zu Russland verändern müssen. Jetzt ist ein nüchterner, illusionsloser Blick auf die neuen Realitäten notwendig, wie Klaus von Donani zeigt. Auf Wertegemeinschaften oder Freundschaften können wir nicht vertrauen. Deutschland und Europa müssen vielmehr offen ihre eigenen, wohlverstandenen Interessen formulieren und mit Realismus verfolgen. So fordert von Donani in seinem Buch grundsätzliche Kurskorrekturen. Im Bereich der äußeren Sicherheit, ebenso wie in der Industriepolitik, weg von einseitigen Abhängigkeiten hin zu einer Politik der Eigenverantwortung. Ein ebenso provokantes wie anregendes Buch von einer der herausragenden politischen Persönlichkeiten unserer Gegenwart. Wir sind für die Unversehrtheit unseres Landes verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich für andere Länder, sondern für uns. Und wir müssen versuchen, unser Land zu schützen. Und ich habe ja eine NATO-Übung in Vertretung von Helmut Schmidt gemacht. Ich war der Chef sozusagen im Bunker damals und diese NATO-Übung hat dazu geführt, dass Russland leicht vorankam, war im Kalten Krieg noch. Und dass dann die USA, ohne mit uns darüber zu reden, auf deutschem Gebiet taktische Nuklearwaffen abgeworfen haben. Das war in welchem Jahr? Das war 1979. Das kommt uns sehr bekannt vor. Wir erinnern uns. Ich habe nicht nur den Kalten Krieg erlebt. Ich war Übungsminister in der letzten großen NATO-Übung des Kalten Krieges, Windeximex. Und ich habe acht Tage lang konventionell und acht Tage nuklear Krieg geführt. Ich weiß, was das bedeutet. Übrigens mit einer interessanten Konsequenz. Ich habe damals, als die NATO von mir verlangte, Dresden nuklear auszulöschen, dem Bundeskanzler Helmut Kohl empfohlen, die Übung zu verlassen. Und es hat nie vorher eine solche Situation gegeben, dass Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland, eine NATO-Übung verlassen hat. Das hat er getan. Und das macht natürlich deutlich, dass wir immer wieder in Spannungssituationen gelebt haben. Ich habe im Dezember 1989 für den Bundeskanzler die Denkschrift erarbeitet über die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands und ausdrücklich der Zusicherung an die andere Seite, nur deutsche Truppen auf dem Territorium der ehemals bestehenden DDR zu stationieren. Keine Alliierten. Es sollte überhaupt nicht möglich sein, die NATO nach Osten zu erweitern, sondern der erste und entscheidende Schritt sollte über die europäische Gemeinschaft, war es ja damals noch, laufen. Also vor diesem Hintergrund, ich weiß schon aus eigenem Erleben, worüber man dann reden kann. Und wir haben in dieser Zeit zwei Dinge erlebt. Die Russen haben gesagt, Gorbatschow, gemeinsames Haus Europa. Waren wir auch dafür. Wir haben denen dann anschließend die kalte Schulter gezeigt. Wir haben sie nicht zugelassen, was Europa anbetrifft. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, die haben wir in Anbetracht einer verendeten amerikanischen Politik ganz Europa gegenüber nicht durchziehen können. Es war nicht daran gedacht, die NATO nach Osten zu erweitern. Es sollte die europäische Gemeinschaft sein. Und die Amerikaner haben in ihrem Interesse das andersrum gedreht. Das heißt nicht europäische Gemeinschaft, sondern NATO. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, hier ist eben schon mehrfach vom Völkerrecht die Rede gewesen. Das Theater, was wir derzeit haben, das ganze Inferno und die Toten fingen an mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Die Vereinigten Staaten zerstören das Völkerrecht, wo sie nur können. Von vorne bis hinten und in allen Teilen der Welt. Und dass dann die USA, ohne mit uns darüber zu reden, auf deutschem Gebiet taktische Nuklearwaffen abgeworfen haben. Das war in welchem Jahr? Das war 1979. Daraufhin habe ich mit meinem Vertreter, Klaus Blech, der dann später Botschafter in Moskau wurde, einen Brief an Helmut Schmidt geschrieben. Sagte, Herr Bundeskanzler, das geht doch nicht, dass wir von den USA überhaupt nicht gefragt werden, was die in Deutschland machen. Dann hat Schmidt mich empfangen und dann bin ich zum Bundeskanzler gegangen und habe gesagt, das ist doch ein unmögliches Verfahren. Da hat er gesagt, ich weiß, das ist NATO-Strategie. Wenn ein solcher Angriff geschieht, werden bei uns nukleare taktische Bomben abgeworfen. Daraufhin habe ich zu Schmidt gesagt, das ist doch aber ein ungeheurer Vorgang. Da hat er gesagt, weißt du, wenn eine Gefahr für Krieg entsteht, werde ich Deutschland für neutral erklären. Daraufhin habe ich gesagt, Helmut, dann ist es zu spät. Das ist unsere wahre Lage und über die wird viel zu wenig in Deutschland geredet. Also ein Atomkrieg wäre wahrscheinlich nur ein Zufall, weil keine der beiden Mächte, die hier über Atomwaffen verfügen, weder Russland noch die USA, einen Erstschlag machen würden. Denn dann kriegen sie genauso einen Schlag zurück. Dafür sind beide Seiten gerüstet. Das wirkliche Problem ist eine Ausweitung des Ukraine-Krieges auf Deutschland und das genügt ja. Es hat ja im vergangenen Zweiten Weltkrieg keine Atomwaffen in Europa gegeben und trotzdem war Deutschland total zerstört. Ich wünsche, dass manche, auch manche der Zuschauer hier, sich mal die alten Bilder angucken, wie die Städte aussahen. Und was in diesen Städten geschehen ist, in Hamburg innerhalb von drei Tagen 34.000 Tote, zivile, nur zivile Tote und 160.000 Verletzte bei einem großen, bei mehreren hintereinander laufenden Luftangriffen. Das sind die großen Gefahren. Wir unterwerfen uns einer Logik, die natürlich den Zeitgeist prägt. Eine Logik, die also von Lügen und falschen Urteilen völlig durchschätzt ist. Die ganze Außenpolitik ist ein einziges Lügengebäude, ein einziges Lügengebäude. Das beginnt ja damit, dass wir immer davon reden, die USA hätten einen Verteidigungsetat. Welch eine gewaltige Lüge. Dieser Etat, der also, sagen wir mal, alle anderen Etats in der Welt übertrifft und die haben überhaupt keine Feinde. Die Mexikaner wollen sie nicht angreifen und die Kanadier, soweit ich weiß, auch nicht. Also sie haben einen Etat, um also militärisch der Hegemon in der ganzen Welt zu sagen, das wollen sie auch. Aber sie reden von einem Verteidigungsetat. Und so geht also, das Lügen geht also unterbrochen weiter. Jeder Interventionskrieg der USA wurde mit einer Lüge begründet. Die meisten wissen, ob er im Irak, das ist noch bekannt. Aber das war vorher auch immer schon so, dass irgendwelche Lügen am Anfang standen und dann wurde die Öffentlichkeit aufgehetzt, die Medien haben mitgespielt und dann muss man auf einmal Krieg führen. Und dieser Kriegslogik, der muss sich zumindest eine politische Kraft nicht unterwerfen. Wir dürfen uns niemals dieser Logik unterwerfen, sonst sind wir nachher genauso mit von der Partie, wie also die Sozialdemokraten im Kaiserreich. Genauso. Und ich freue mich auch, dass jemand, wie du sagst, die angelsächsischen Brandstifter, ja sicher sind sie das, aber wer spricht denn das schon aus? Es ist ja wirklich eine ungeheure Leistung, das mal auszusprechen. Das ist ja die Wahrheit. So, wer hat denn den Nahen Osten in Brand gesetzt? Das waren, den Nahen Osten in Brand gesetzt, haben in erster Linie die USA, ich will die anderen jetzt aus Zeitgründen mal weglassen. So, dann wird ein Waffen geliefert von Saudi-Arabien, von Katar. Die USA haben die ISIS zuerst mit stark gemacht, mit stark gemacht. Und jetzt sollen wir hingehen und sollen irgendwie da diesen Brand löschen, den die da eigentlich angesteckt haben, über Jahre angesteckt haben, mit der schwachsinnigsten Außenpolitik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Das ist ungeheuer, was da passiert. Und wir sollen dann dafür gerade stehen. Das Entscheidende wäre, dass die UNO gestärkt wird. Und dazu müsste eben die UNO in der Lage sein, das Völkerrecht mal durchzusetzen. Aber da gibt es diesen Hegemon, die USA, die angeblich eine solche führende Nation unserer Wertegemeinschaft sind. Die erkennen da überhaupt kein Recht an. Der ganze Frieden beginnt damit, dass die USA einmal lernen, Recht, Völkerrecht anzuerkennen. Wenn sie das lernen würden, dann wäre der erste Schritt zum Weltfrieden wäre getan. Der erste Schritt. Weil wir haben einen Präsidenten an der Spitze der USA, der laut Bild-Zeitung sagt, ich bin gut darin zu töten. Ich habe in der Fernsehdiskussion gesagt, mal ein Drohnenmörder. Man spricht das ja fast gar nicht mehr aus. Dann reden wir von einer Wertegemeinschaft. Das ist doch alles irre. Wir müssen uns mal ehrlich machen in der Außenpolitik. Dann kommen wir vielleicht zu Diskussionen, wie wir wirklich zu einer friedlichen Welt werden können. Glauben Sie, dass es möglich wäre, dass es im Bereich des Möglichen liegt, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht? Also ich fürchte zumindest, dass es wahrscheinlicher ist als jemals seit dem Ende des Kalten Krieges. Und das muss nicht mal ein Plan sein. Also ich glaube auch nicht, dass Putin morgen auf den Atomknopf druckt. Da ist auch viel Drohpotenzial und so weiter. Aber wir liefern Waffen. Wir bilden ukrainische Soldaten aus. Was ist, wenn Russland zum Beispiel eine Waffenlieferung, eine Panzer oder was auch immer angreift, bevor sie ukrainisches Territorium erreichen? Schießen wir dann aus vollen Rohren zurück, dann sind wir mit Russland im Krieg. Und relativ sicher, das sagen Militärexperten, ist, wenn es einen Krieg zwischen der NATO und Russland gibt, dann wird dieser Krieg irgendwann nuklear eskalieren. Weil Russland konventionell keine Chance hätte in einem solchen Krieg. Und das ist eine unglaubliche Gefahr. Und ich sehe auch zum Beispiel jetzt, Finnland wird in die NATO, also Finnland, Schweden werden eintreten. Russland hat angedroht, dass sie dann Kaliningrad aufrüsten. Das heißt, immer mehr Militärpotenzial steht sich gegenüber. Und auch im Kalten Krieg war immer die Angst, dass mal ein Missverständnis, also einfach ein Computerfehler, weil die Vorwarnzeiten so kurz sind, dazu führen kann, dass einer auf den vermeintlichen Gegenschlagknopf drückt. Und es ist gar kein Gegenschlag. Und auch dann ist Nuklear-Europa also sowas von verheert. Und es werden Millionen Menschen sterben. Also ich finde das ganz gefährlich, was aktuell passiert. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht immer mehr in diesen Krieg reinziehen lassen. 78 Tage Krieg. Ein Angriffskrieg gegen einen souveränen Staat. Ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Ein andauerndes Kriegsverbrechen. Verantwortlich dafür... ...Wladimir Vladimirovich Putin. ...der russische Staat und sein oberster Repräsentant. Gibt es eine pazifistische Antwort auf diese Aggression? Oder hat der Pazifismus angesichts solcher Bilder ausgedient? Das Ende des Pazifismus wurde schon oft beschrieben angesichts all der Kriege in dieser Welt, die stattfinden. Und angesichts derer immer wieder gesagt wird, jetzt muss die Waffe in die Hand genommen werden. Und ich bin dankbar, dass es noch Menschen gibt, die das durchhalten und sagen, trotz all dieser entsetzlichen Gräuel bleibe ich dabei, dass ich Waffen nicht als Lösung sehe. Was für ein großartiges Schlusswort. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr von dem Beschluss, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern haltet. Liked das Video und drückt die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Vielen Dank. Vielen Dank.